Bei uns ist unser Stürmer Luca Schuler Luca. Erstmal Glückwunsch zum Tor, Glückwunsch zum Sieg. 2 zu 0 beim FC Hansa Rostock. Wie wichtig war dieser Erfolg für dich, für die Mannschaft? Ja natürlich extrem. Ich glaube wir hatten viele gute Spiele dabei, gerade letzte Woche haben wir 65 Minuten richtig gutes Spiel gemacht. Dann haben es dann am Ende selbst ein bisschen vergeigt, deshalb wollten wir heute unbedingt nachlegen. Gerade in dem Derby, ich glaube da ist es umso wichtiger und das haben wir heute richtig gut gemacht. Verdient 2 zu 0 gewonnen und ja einfach eine geile Leistung von der Mannschaft. Du hast dann den wichtigen Führungstreffer erzielt. Nimm uns mal mit. War glaube ich gar nicht so einfach, weil du ein bisschen Zeit hattest nachzudenken. Ja in der Regel hat man gerade bei Sobeln viel Zeit nachzudenken. In dem Fall habe ich es nicht gemacht. Ich bin so schnell wie möglich Richtung Tor und habe mich dann entschieden für das Eck. Es hat geklappt und wie du es gesagt hast, 1 zu 0 ist natürlich wichtig, gerade für die Mannschaft, um gut ins Spiel zu kommen. Selbstvertrauen steigt natürlich dadurch. Deshalb war das ein schönes und wichtiges Tor. Die ersten Gedanken danach direkt? Pore Freude. Ich habe jetzt auch die eine oder andere gute Chance gehabt, die nicht reingegangen ist. Deshalb ist es gerade für mich natürlich ein schöner Moment, dass es mal wieder geklappt hat, dann noch mit dem 1 zu 0. Dass wir uns dann noch belohnt haben mit dem 2 zu 0 Sieg, war natürlich umso schöner. Du bist eben schon gefragt worden, was einem Barisch-Artik dann so ins Gesicht schreit nach einem Treffer. Wie war es? Was hat er gesagt? Das sind natürlich pure Emotionen. Man nimmt sich viel vor im Spiel und gerade wenn es dann klappt und wenn es so funktioniert. Ich kann gar nicht mal alles zusammenbekommen, was er gesagt hat. Aber wie gesagt, das sind pure Emotionen, die dann rauskommen in dem Moment und einfach Freude. Geiler Moment. Für uns, für den gesamten Verein natürlich ein super wichtiger Sieg zu einem wichtigen Zeitpunkt auch. Abstand nach unten ist jetzt vergrößert. Was macht das auch mit euch? Was gibt euch das, wenn ihr jetzt gerade auf die Tabelle für den Moment schaut? Natürlich Selbstbewusstsein. Gerade das Spiel, Derby, das ist wichtig. Derbys sind da, um sie zu gewinnen. Das haben wir heute gemacht und ich glaube jetzt, wir haben jetzt einen wichtigen Schritt gemacht und nächste Woche wollen und müssen wir nachlegen. Da zählt nichts außer ein Dreier, gerade zu Hause und das wollen wir die Woche angehen. Alles klar, Luca. Dann vielen, vielen Dank und natürlich genießt den Moment und den Sieg und dein Tor. Dankeschön. Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende hier 2 zu 0 beim FC Hansa Rostock. Aus deiner Sicht, wie wichtig war dieser Sieg heute? Ja, wenn ihr auf die tabellarischen Situationen sprecht, dann war es natürlich ein wichtiger Sieg, weil du damit auch einen Schritt machen konntest. Aber es ist so, wir haben jetzt einige Spiele leider uns nicht belohnen können, wo wir eigentlich schon vor drei Punkte holen konnten. Und jetzt war es natürlich hier heute auswärts, in Rostock, auch noch zu Null ohne Gegentor und zwei Eigentor geschossen. Ein wichtiger Sieg auch für die Mannschaft, für das Selbstwertgefühl, für die Klarheit und vor allen Dingen auch in der nächsten Woche, dass wir auch so ein Spiel über die Zeit holen können. Es ist ja so, dass dieses Spiel auch einige Geschichten darüber hinaus hat. Luca Schuler hat seit einiger Zeit wieder getroffen. Daniel Heber erzielt sein erstes Zwei-Liga-Tor. Was macht das dann auch mit der Mannschaft und wie siehst du es denn auch in dieser persönlichen Statistik? Also zunächst einmal freut es mich für beide Spieler. für Daniel, weil er da auch einige Male geflaxst worden ist, dass er sich jetzt endlich mal mit dem Kopfballtor oder auch noch von dem Innenverteidiger belohnt hat. Und bei Luca habe ich es aber schon gesagt, da ist es ganz einfach auch von der Wahrscheinlichkeit. Umso öfter du nicht getroffen hast, kommt der Zeitpunkt immer näher, wo du wieder triffst oder bei ihm warst, war es ganz einfach so, dass er schon in den letzten Wochen sehr fokussiert war und auch in der Woche im Training gut abgeschlossen hat. Deswegen habe ich es auch schon vorher gesagt, für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft, weil er im Spiel sich auch wirklich viele gute Möglichkeiten holt und auch bei dem Tor geholt hat. Und für die Jungs selbst, ich sehe nicht nur den Spieltag, sondern ich sehe auch die Woche, wie wir trainieren, wie wir das Spiel vorbereiten, was die Jungs immer hier reinbringen. Und das ist schon seit Wochen wirklich ein hoher Aufwand und auch eine gute Qualität. Und deswegen freut es mich, dass wir uns heute dafür belohnt haben. Zudem hast du ja betont, dass Fußball eben auch Kopfsache ist. Was macht denn das mit dem Kopf jetzt, wenn eben ein bisschen Luft nach unten ist auf der einen Seite, aber auch so ein Sieg im Rücken ist, weil dieser Trend ja eindeutig ist. Ja, wir hatten das 0 zu 0 in Elversberg, jetzt das 2 zu 2 gegen den HSV und jetzt den Sieg. Ja, das macht viel, ich habe dir schon gesagt, dass das Fußball ein Kopfspiel vor allen Dingen, dass es auch sehr viel mit mit der Selbstverständlichkeit der Handlung im Spiel zu tun hat. Und mit diesem Auswärtssieg, mit diesen drei Punkten steigt das Selbstvertrauen der Jungs. Und damit wünsche ich mir auch, dass die Trainingswoche noch ein Stück besser wird, dass wir so gut vorbereitet gehen, dass wir jetzt auch mit dem Halbstieg gegen Osnabrück versuchen können, die nächsten drei Punkte zu Hause zu holen. Ja, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit war auch viel Spielkontrolle drin. In der zweiten Halbzeit dann war es so ein bisschen eine abwartendere Taktik. Weniger Ball besetzt als der Gegner auch, aber trotzdem sicher in der Defensive. Wie hast du so die Halbzeiten und den Spielverlauf insgesamt gesehen? Ich habe das ja auch schon im Vorfeld gesagt. Für uns war das ein Spiel, wir wollten uns nicht auf das Schlagspiel einlassen. Das war für uns schon wichtig, weil du weißt, dass du die Tiefe gegen Hansa Rostock verteilen musst, wenn sie die langen Schläge bringen, wenn sie da mit Brögern schnellen, tiefen Spielern mit drin haben, wo sie dann auch noch mal gewächst haben mit schnellen Spielern. Da waren wir sehr konsequent. Der Gegner, habe ich ja gesagt, hat was verändert. Der hatte ich oft mit fünf, teilweise mit sechs Spielern angelaufen. Das haben wir gut gemacht, dass wir dann über das Spiel haben. Mal auf die Achterräume, mal auf Lukas Schuler, der das festgemacht hat. Das war auch schon etwas, warum wir in der ersten Halbzeit die Tormöglichkeiten für uns hatten und auch in der zweiten Halbzeit rausgekommen sind und direkt was machen gekonnt hätten. Das war wichtig. Aber wir wollten in der zweiten Halbzeit schon nicht nur die Box verteidigen und die Eingaben wegverteidigen und in die hohen Bälle reingehen, sondern wir wollten schon ein Stück Weg auch gerne mehr in der Spielkontrolle haben. Das ist uns so nicht mehr gelungen, weil da hat man gemerkt, da haben die Jungs dann so für sich entschieden auch, wir wollen mehr Sicherheit, mehr Überzahl hinten drin, wollen die Räume eng halten. Trotzdem muss man sagen, wir haben nichts zugelassen und haben das Gebäck verteidigt. Du sagst es gerade, es war ja wirklich auffällig dann auch gerade im Verlauf der zweiten Halbzeit. Viele, viele Zweikämpfe, auch spektakuläre Rettungstaten, aber vor dem 16er auch, aber auch eben dieses Puschen gegenseitig dann. War das dann einfach auch ein ganz ganz wichtiges Signal so aus der Mannschaft heraus, dass dieser unbändige Wille heute klar zu sehen war? Ja und wir haben ja heute schon eine Vielzahl an Zweikämpfen kommen, was glaube ich so ein bisschen aufgrund der vielen hohen Bälle, die kommen fast untergeht und mit Daniel Fadli, mit Tobi Müller und mit Daniel Heber, die haben in der Luft wirklich fast alles weggeholt. Wir haben die zweiten Bälle mit Silas Knacker gut aufgesammelt und auch dann hat man auch dieses Beispiel gesehen, wie Antti Hody reinkam, wie er, wenn es dann zu Standards kam, die Bälle weggeholt hat. Das war heute ein wichtiger Aspekt in dem Spiel, dass wir den Gegner nicht in seine Stärken reinkommen lassen. Abschließende Frage nochmal nach dem Spiel, dann hat die Mannschaft auch mit den Fans gefeiert. Bei den Fans hat man eben nicht nur die Freude, sondern auch einfach eine gewisse Erleichterung natürlich gemerkt, auch eine gewisse Leichtigkeit. Wie sehr freut dich das dann auch, wenn die Mannschaft so ausgelassen natürlich mit den Fans feiern können und natürlich die Fans dann auch wirklich glücklich nach Hause fahren. Also das freut mich natürlich über über der Maße. Ich muss schon sagen, was bei unserer unsere Fans mit mit Block U, mit den Kapos, wie sie die Mannschaft hier über die komplette Saison unterstützen, wie sie sie auch nach den Spielen verabschieden, auch nach Spielen, wo wir nicht erfolgreich waren. Das ist schon außergewöhnlich und deswegen ist es umso schöner, dass es sich heute belohnt haben. Ich weiß aufgrund der Tatsache, dass wir die letzten Wochen öfter Punkte liegen lassen haben, dass man auch ein gewisses Angstgefühl in sich hat. Aber das ist gut, dass die Jungs trotzdem das für sich ferngehalten haben, heute gewonnen haben, dass wir heute gemeinsam mit allen uns hier und ich weiß, wie wichtig ein Auswärtssieg für Menschen hier in Rostock ist, also für die Magdeburger. Deswegen freut es mich unglaublich, dass wir alle ein Stück weg zufrieden heute nach Hause gehen können. Alles klar Trainer, dann vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal und gute Heimfahrt natürlich. Danke euch auch.